die Sonne sieht ja geil wo ist die Sonne wo ist die Sonne ich sehe die Sonne gar nicht wo ist die Sonne Träger und hier sieht alles aus gleich von Anfang die ist hinter dem Baum wo ich gerade in die Richtung wo ich gerade wegnehme die sieht einfach so geil aus also wollen wir jetzt in der Schneelandschaft bauen ganz weit oben in meinem Haus so und jetzt habe ich eigentlich das Laub das ich habe ähm 4 äh wieso, 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 das ist zack ok was, was brauchen wir, wir denn dafür wir brauchen, ich muss auch kurz zumal hä so zack ähm zack hä, wie wie, hä, was eigentlich alles, du musst alles sammeln und dann, äh, halt hinbauen ach du, ach du, ach ach, ach so ach so ach so, du kannst du kannst es nicht einfach schon ach so, na, das ist na, das ist aber doof äh, alter äh, alter, willst du mich verarschen so das Holz auf jeden Fall alter ähm, dann so das dann hab ich ähm nein nein mir fehlt noch was, scheiße, 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 scheiße was fehlt dir, was fehlt dir ich hab, ich hab Edelwut, hab ich also, alles klar, ist durchsetzen äh, mir fehlt glaub ich noch, warte ich guck noch mal kurz ähm, ich hab, ich hab Schnee, diese Kartwoods Lock dann hab ich noch dieses älter mir fehlt noch älter Wut ne älter, älter Wut brauchen, ne ich brauch Aschenwut, also Böke und davon brauch ich halt noch vier äh, bei meinem normalen Holz vier bei diesem Crackwood und bei dem anderen brauche ich noch mehr als vier älter Mal, das hab ich also, da gibt's ja diese verschiedenen Teile irgendwie hä? fehlt noch ne Tür okay, ne Tür brauche ich jetzt mal gucken äh, wo kriegen wir denn jetzt Birken her? ja wirken um Holz da hinten da sind Birken den was man für ne, was der Schwerer kann in der Holzfläge ist ne also ja man kann das Holz wechseln, ne man braucht Bienen, ich brauch Bienenwachs ja Bienenwachs hast du welches? na das findest du nur Bäume alles klar so so Nein, ich kann mein Teleport nicht mehr wegnehmen, achso. Lalalala, lalalala, oh. Ich werde dann... Okay, wo kriegen wir zur Wutdings daher? Dazu bräuchten wir aber das hier. Stein und Wein. Okay, wo kriegen wir den Stein her? Na, und du vielleicht? Komm her, du blödes Fick. Brauchst du Hilfe? Warte, nein, das greift mich nicht an, aber das läuft vor mir weg eigentlich. Aber ich hab's gleich. Die Musik hört sich ja auch sehr bedrohlich an. Lalalala, lalalala, lalalala. Da läuft ein Kumm. Jetzt habe ich's getötet. Oh, ich hab richtig gesagt. Ich hab... Gubbel, gubbel. Oh, richtig. Ja, Mann. Ja. Das ist richtig geil, was ich bekommen hab. Ich kann's dir gleich mal sagen. Warte, ich habe... Einen. Warte, wo bist du denn? Ich kam grad mit dem Gubbel, Gubbel. Äh, nein. Scheiße, scheiße, scheiße. Ach, da bist du. Du läufst grad vor so einem Vieh weg, was auch immer es sein soll. Ich nenn ihn... Ich glaub, ein Hut. Ich nenn ihn Gubbel, Gubbel. So. Ein Hut. Wo hast du denn schon mal ein blaues Hut gesehen? So, regeneriert sich bei den... Ja! Das ist geil, das ist echt geil. Ja, das ist geil, das ist geil. Das ist geil, das ist geil, das ist geil. Oh. Okay, jetzt muss ich... Oh, oh, oh. Ja. Aktivieren, okay, jetzt geht das nicht. Das ist blöd. Trickmaterial. Da, da hat's voll die vielen Pilze. Okay, das ist jetzt komisch, dass ich das machen kann. Warte. Warte. Äh, hier hängt gerade etwas. Also der Gubbel, Gubbel zumindest. Ich hab eine Holzlampe. Eine Holzlampe. Also, also wackeln hab ich auch. Ein Hauspauschen bekommen. Ein Lebenstrand bekommen. Dann auch ein, äh, ein Tisch. Zack. Und, äh, ne Kiste, alles von diesem Einvieh bekommen. Das war voll geil. Ja, ist doch cool. Okay, warte, wo? Ich bin da. Bis dahin. Also, wir... Was ist das? Vielleicht kann man sich auch hier... War was? War was? War was? War was? Warum hab ich was abgebaut? Du laust von mir gerade auf der Stelle. Huch! Ja, wirst du mich verarschen. Ja, warum hast du... So, was hab ich denn abgebaut? Ich hab gar nichts abgebaut. Ich? Ich hab gar nichts abgebaut. Ach, hast du denn? Weins. Gubbel, Gubbel, stirb, du Gubbel, Gubbel. Scheiße, ich brauch Gubbel, Gubbel. Ah, der fliegt mir hinterher. Ja, ach, mal ehrlich. Stirb, stirb. Hilfe! Oh, yeah! Nein! Was denn? Nein! Ich bin tot, glaube ich. Du bist tot? Warte, 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 wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Da muss ich hin, da muss ich hin. Scheiße, scheiße. Aber man... Oh, man behältst seine Sachen. Ich hab ein Tele... Na, ich hab... Man behältst seine Sachen. Ich hab ein Teleporter gesetzt. Nein, warte, warte, warte. Hast du deine Sachen... Hast du meine Sachen eingesammelt? Kann ich die Bilder wieder haben? Ja, wenn du dich jetzt zu mir teleportieren lässt, wenn du dich jetzt... Ich bin ganz einfach zu mir kommst. Ja, also... Ich bin so da. So. Da ist dann eine Rune. Sag mal, hä? Huch! So. Geht das jetzt? Ah, ich hab's alles wieder. Danke, danke. Cool, dass man so eine Urne hat. Weißt du, in Minecraft liegt das einfach rum? Äh, können wir das wieder einsorgen? Äh, können wir das wieder einsorgen? So, dann wollen wir mal gucken, was ist das? So, zack, zack, zack. Alles klar. Ich schmolz da. Das Teil heißt nicht Koppel-Koppel, sondern Blizzard-Schissert. Also läuft's auch gleich hinaus. Aber ich nenne es gute Koppel. Aber ich nenne es gute Koppel-Koppel. Alles klar. Vielleicht kann man auch eher am Grab bestes. Hm, keine Ahnung. So. Boah, der sieht, boah, der sieht einfach mal so gut. Höh, schön aus. Boah, das wäre mal mega schön. 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 bekommen etwas mehr von einer schlager luker 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 so er wird sich immer kurz eine kleine aufnahm pause machen tatsächlich wir liegen ja schon wieder bei 30 minuten ich hätte ja auch mal eine kleine aufnahm pause machen sagen als hier hören wir mal kurz auf und guck mal wie sie leuten so gefällt wenn es den leuten gefällt also wenn die wenn das gräte das hier mehr klicks als sonst hat naja dann denke ich werden wir es weitermachen und dann kommt heute schon schon erste folge raus also heute haben keine ahnung der bietet haben heute 13 der das genau und ja dann will ich vorschlagen wird dir gefallen luker ja ist eigentlich super spiel alles klar alles wird so du dann alles klar schön ja so erst kreativ ist einfach geiles game ja wenn es euch gefallen hat dann lassen wir dann nach oben da oder probieren oder was auch immer und dann sehen wir uns endlich hoffentlich in der nächsten folge kreativ ist wieder und damit ciao mit f7 muss ich noch was sagen eigentlich nicht ciao mit v ok